Guten Morgen und hallo liebe Zuschauer zum heutigen JFD Live Trading TV am Morgen des 11. Mai 10.35. Wir wollen uns den DAX anschauen, der ein Stück weit zögerlich in die Woche startet. Also hier die Hochs vom Freitag, gerade die Abendsession Hochs hier nicht halten kann. Ging ja am Freitag mit plus 2,64% ins Wochenende. Das war eine große Hausnummer und hier auch die Tendenzen, die wir hier ja schon vorgenommen hatten. Und das sieht ganz gut aus. Bislang gehen wir doch daher direkt mal in den Stundenchart zum Index. Was sehen wir hier? Wir sehen hier diese Aufwärtsentwicklung seit dieser Unterstützung um 11.220, 230. Hier in der Form eines Aufwärts-Trendkanals und es wurde erwartet, dass wir hier durchaus gerade im Zuge der positiven US-Märkte hier nach oben aufdrehen können. S&P 500 hat ja immer noch nicht so recht die Entscheidung eines Ausbruchs oder eines Nicht-Ausbruchs getroffen. Letztlich konnte der Markt verhindern, nach unten wegzubrechen. Und es besteht immer noch die Chancen, dass die US-Amerikaner direkt auf Hochs rausziehen. Der S&P 500 vielleicht sogar einen Allzeithoch macht. Für den DAX und den betrachten wir jetzt hier singulär, sieht es mir eher so aus, als würden wir hier ein Stück weit zurückkommen. Auch die US-Amerikaner vielleicht heute zum Montag oder zum Wochenauftakt ein Stück weit schwächer. Und insofern wollen wir mal sehen, wo die Preise noch hingehen. Es bleibt beim DAX dabei, dass wir unterhalb dieses Kreuz-Widerstandsbereichs hier 11.710, 11.700 Punkte. Warum? Weil wir hier diese Abwärtstrendlinie haben seit dem Höchststand. Und ich werde hier diesen Pfeil direkt gleich nochmal kopieren. Dieses Symbol, da wir neben dem Test aus der vergangenen Woche hier praktisch jetzt heute Morgen schon in der JFD 24-Stunden-Indikation, die Sie hier sehen, dieses Level abermals bestätigt haben. Also hier auch die Horizontalebene, einerseits hier diese Abwärtstrendlinie und andererseits aber hier diese Horizontalebene, dieses Widerstandslevel hier ganz klar als Barriere. Und das lässt eben mutmaßen, dass wenn der DAX drunter bleibt, und das ist eben die Annahme, es hier weitere Abwärtsrisiken gibt, die zunächst den Wochenpivotpunkt hier im Bereich 11.538, 11.500 Punkte, da haben wir hier noch einen tiefer liegenden Support, favorisieren lassen. Es deuten sich also hier zum Auftakt in die Woche durchaus schwächere Preise an. Allerdings, seien Sie überrascht, der Markt am Montag ja gerade beim FX-Markt insbesondere, beim DAX eher weniger. Wir haben hier doch immer schon eine relativ gute Entscheidungsdynamik am Montag. Seien Sie nicht überrascht, wenn er hier doch nach oben rauszieht bei sich positiv entwickelnden Amerikanern. Deswegen möchte ich hier diesen grauen Fall nicht völlig unakt erlassen. Aber mein klar präferiertes Szenario ist eigentlich hier das Abtauchen nach unten, das Verweilen unterhalb von 11.700. Wie es morgen aussieht, müssen wir mal abwarten, aber ich denke, der Markt dürfte heute eigentlich ein Stück weit zurückziehen oder sich vielmehr ein Stück weit zurückziehen. Wir sehen ja auch hier diese untere Aufwärtstrendlinie, sehr schön mehrfach touchiert. Hier jetzt diese Doji-Kerze aktuell und wir durchbrechen diese Trendlinie aktuell mehr oder weniger. Da lässt sich überhaupt nicht dran zweifeln. Und insofern sieht das meines Erachtens danach aus, als hätte der DAX heute hier ein Stück weit Spielraum nach unten. Die Fuzi-Vektor-Logik sagt hier eigentlich was anderes. Wir hatten heute Morgen da schon einen Screenshot in die Box gestellt, in die Streambox. Und auch der Wochentag hier mit 55% positiver Schlusspreise ist eigentlich montags betrachtet ganz, ganz gut. Aber jede Statistik hat auch mal gewisse andere Abweichungstage und 55% sind eben keine 100. Und insofern würde ich dem Markt hier doch schon eine Chance einräumen, dass er hier ein Stück weit nach unten wegtaucht. Was dann passiert? Wie gesagt, unterhalb 11.700, 11.710 abwärts orientiert. Was dann hier passiert im Bereich 11.538, 11.500, muss man mal abwarten. Eine leichte Stabilisierung ist hier sicherlich gut gegeben, aber das grobe Bild letztlich hier immer noch ein Stück weit angeschlagen. Gehen wir daher mal in den Tagesschart. Wochenauftakt, Cetra. Hier diese blaue Tendenzlinie nahezu punktuell abgearbeitet. Wir sind hier wirklich dynamisch nach oben gelaufen, haben hier in Paradeform den Widerstand bestätigt, auch die Trendlinie bestätigt. Da lassen Sie mich mal die Pfeile hier noch auch mal ein Stück weit korrigieren. Und jetzt ist es eigentlich an der Zeit, wenn die Bären eben auch hier nicht nur auf Stundenbasis, Intraderebene, sondern auch auf Tagesbasis hier punkten wollen, müssen sie heute hier einen schwachen Tag generieren. Und meines Erachtens sieht das auch ganz gut aus. Wie das dann weitergehen dürfte, sehen Sie auch hier. Wenn wir nämlich hier wieder unter die Unterstützungszone 11.350, 11.400 zurückfallen würden, was hier neben dem Level von 11.538, 11.500 ein mögliches Ziellevel wäre, wenn der Markt hier nach unten durchbricht, dann hätten wir hier noch erhebliches Abwärtspotenzial und dann wäre sicherlich hier die Gefahr gegeben, dass der Markt ein Stück weit nach unten weiter korrigiert. Hier dieser große Trendkanal, das war ganz interessant, das war am Freitag ja noch nicht 100% sicher. Den haben wir aber jetzt auf Wochenschluss hier mit dieser Umkehrkerze durchaus verteidigt. Sie sehen hier, wie gesagt, die Schwäche vom Fünften, dann hier die weitere Schwäche im Wochenverlauf. Also so recht kamen die Bullen hier nicht zurück, aber mit der Entwicklung vom Freitag, die positiven US-Arbeitsmarktzahlen ließen hier den Index nach oben schnippen. Und ja, jetzt haben wir eben hier die Situation, dass wir rein technisch an einem Kreuzwiderstandsbereich sind, der eigentlich weitere Verluste initiieren dürfte. So viel mal zum DAX, meine lieben Zuschauer. Wir werden um die Mittagszeit am frühen Nachmittag wahrscheinlich noch mal vorab einen Blick auf die US-Märkte werfen. Ansonsten sage ich jetzt erst einmal Danke fürs Einschalten. Liebe Zuschauer, die kommenden Tage werden sicherlich spannend. DAX am Kreuzwiderstandsbereich. Wir werden es hier beobachten. Bleiben Sie dran. Ich sage Danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer. Und tschüss. Bis dahin, ihr Christian Kemmerer. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.